we made a choice go fight against your fate we will come with the pain we will wake up the death and cry in storm and storm and storm somehow I see the storm and out to care hi und willkommen mein name ist sani roi und ich begrüße euch zu honk als da wir haben diesen island im mädchen begrüße ich euch ne wir spielen heute mal endlich sparkles companion quest die schon seit lange spielen will ich weiß nicht ob ich alle companion quest hier irgendwann mal spielen werde aber die von spark will ich definitiv spielen einfach nur mehr über sie herausfinden weil sie ist einer meiner lieblingscharaktere da wir gerade von lieblingscharakter spreche ich spiele gerade mit einem mein lieblingscharakter die die quanten short queens die habe ich alle als anhänger hier gerade an meinem mikrofon hängen ich habe weil ich gerade sparkles anhänger vor mir nicht bei der gamescon geholt habe und ja ich habe alle mädels in dieser form jetzt und genau dieses team habe ich und das ist ich bin da voll geil wir sind ja schon mal reingegangen glaube ich nicht haben die katzen ausversehen ausgelöst aber ich gehe trotzdem noch mal rein da hat man glaube ich schwarzer schwan und und dingens hier sampo war glaube ich da ich meine wir haben die katzen schon mal gesehen aber gucken wir uns hier noch mal um uns aufzufrischen schwarzer schwan kommt er glaube ich vor in dieser quest was bedeutet die katzen zwar unendlich lange dauern weil sie so langsam sprüchen ich glaube diese quest hat man viel früher schon spielen sollen bevor man vor spakel sich einem herausgestellt hat sie nicht böse ist ein bisschen doof finde aber okay ich glaube es auch irgendwie schwarzer schwarz kommt in den quest ich habe die beiden teilen sich irgendwie diese quest haben wir ja die kreis die kreis ah kari nigen die kreis nach dass das dass da wurde ich aber noch gebungen genau dieser hammer den sie benutzt hat am ende von pinakon die 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 Wenn ich in meinem Leben eine gleiche Sache habe, dann wird das eine Wahrheit sein. Wenn ich mehr Zeit habe, dann kann ich mich, dass ich die Erwärmung des Vertraums bin. Vielleicht kann ich es auch glauben. So, jetzt, erzähle ich mich über deine Freunde. Was ist das? also der pokémon bricht sie werden nie erfahren dass ich die ganze zeit im pokémon versteckt die quest kam ja schon noch bevor wir auf dem luftschiff irgendwie so waren ja 10 pina co2 やってきたメモ k 1 1 ozorak 彼女 Es nimmt so ein bisschen der Drama raus, jetzt wo wir wissen, dass Sparky gar nicht böse ist. Was ich ein bisschen enttäuscht bin, ich hoffe, er ändert das noch irgendwann. Das ist aber doch jetzt der echte Sampo, ne? Oh! 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 Undaba! Oh! Was! Oh! 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 wie ich das mal wieder fünf minuten gedauert hat bis ich überhaupt machen kann jetzt haben sie jetzt haben sie mehr schweizer schwaner als charakter gegeben wir ich wollte gar nicht mein team haben dann muss ich mein team ändern hier herrne dann bräuchte vielleicht wahrscheinlich und dann möchte man zum heilen mehr oder weniger so weiter als bisher haben wir noch nicht gespielt können wir hier wird noch genug text geben hm wir werden die meiste zeit schwarzer schwarzen sehen wir arbeiten für spark sehen dieser quest also sparkles quest hier oder ich habe es beide quiz aber ich meine sie mal wie auf ein cover von der quest als sie rausgekommen ist es ist da verwendet sich Was ist das? Hanna-Bi-Sama ist ein Verlangen? Was ist der Verlangenstil von Starrpeace-Kampanien? Das ist das, Black Swan. Der Verlangenstil ist der Kanna-Bi-Sama. Das ist der Kanna-Bi-Sama. Das ist ein Verlangenstil von Hanna-Bi-Sama. Es gibt keine Verlangenstil zu haben. Es gibt keine Verlangenstil. Kannst du den Kanna-Bi-Sama? Ich habe nicht gehört. Ich bin ein Ratsch-Age. Ich bin ein Ratsch-Age. Wenn ich mich sage, wenn ich mir den Namen aussehen will. Es ist ein Ratsch-Age. 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 Irgendwie noch eine Anführung an die einen Trailer, der durch die Stadt stolziert ist. Die Leichen von sie überall anders finals говорил. Sie selber erschossen hat. Der Trailer ist immer noch Geilste. jetzt glaube ich der erfolgreichste honka starry trailer der sparkler trailer monodrama oder so heißt er glaube ich doch mal in der internetverbindung gemacht mit bei fünf minuten bevor ich die aufnahme gestaltet habe ich meine internetverbindung schwer zusammengebrochen also hoffentlich so 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 okay okay Äh, so... Wenn man nicht mit einer Begründung mit einem Begründung kann, dann wird es gut sein. Genau, 3 Leute haben sich um den Begründung mit der Begründung und gewonnen. Die Begründung der 3 Leute hat sich keine Handeln. Das ist das, was ich. ich will die ganze zeit machen ich werde den katzdienst ja verwickelt erst mal zehn minuten hier wieder reden bevor irgendwie was hier angefangen werden kann ich muss schon wieder zoro was so 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 left und right nein bitte nicht nein er hat gesicht weg da einer hat den armen weg leider die beine gebrochen so 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 okay da haben wir den hammer man hat einfach geschwungen ich bin sowieso überrascht hat sie nicht eine knarre benutzt was war eine paar frau beim trailer hat sie nämlich eine knarre gehabt wir haben dann wird so brutal gewesen keine ahnung kraft gab es irgendwie auch nicht ihre knarre außer für folge angriffe und die höre ultimate verstehe sowieso nicht warum sie eine katana hat irgendwie war noch ein paar blätter Ok ok schauke ok ok Hallo, ich bin so. 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 Du bist zwei Beobachtungen. Ich habe das ein Problem mit Schamri zu verraten. Ich bin so. Ich bin so. Oh, danke schön. Aber es gibt auch noch andere. Nur in dem nicht. Ich bin so. Warum? Wenn du so. 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 Ich bin so. Ich habe alles geantwortet. Ich bin so. Wenn du so. Wir haben die Anwendung. Dann. Ich bin so. Ich bin so. Hier. Ich bin so. das war uns ok aber hier sind diese knöpfe so gar nichts betrachtet ist das schon so ein bisschen verdächtig ein bisschen zu mächtig ein bisschen welche ganzen dinger noch im inventar nach der quest mein grund ja irgendwie betrachtet war schon so ein bisschen überpower warum sollte sie knöpfe haben die wortwörtlich die gesamte welt zerstörte von pinakoni da klingt schon so ein bisschen zu mächtig ich glaube nicht dass jeder sich wort wirklich daran gehalten einer einen versuchen hätte diesen knopf drücken drücken müssen du kannst nicht hunderten von leuten so ein ding geben oder war hat keiner von die dinger drückt das ist ein bisschen ja unlogisch so ist das pompom die sind alle sie aus wie hast bürger die v entwicklung davon ich muss einmal drehen Äh er könnte ja wichtig sein und weißt du nicht ich denke ich arbeite doch für sparkel ja künseh nicht nur konto konto so ko mal der wösel ist die europäische jetzt nicht so unglaublich weh aus das weiß ich warum es ist erst mal ich so ein ding gewiss ich habe erst mal ich jetzt gemacht je nachdem ob die quest irgendwie irgendwas auch passiert oder nicht vielleicht auch gar nicht hochladen wenn sparkler wie nur so für zehn minuten oder so in diese quest vorkommen dann ja ich da nicht hochladen ich habe jetzt ja in der leute weiße aussuchen vielleicht durch die auch eigentlich hochladen diesen party ich wollte nur aufnehmen oder so er hat noch seine hand beide hat seine hände beide beine gebrochen anscheinend ja das natürlich selber wir sagen es ist der eine beine gebrochen hat weil die anderen auf den losgegangen sind auch breit ausschließen ausschließen ja ja ich muss das selber herausfinden ja ich habe natürlich genau den letzten war richtig ja ich kann ja nur der linke hat sein andere hat keine beine diese drei auch nicht gebrochenes bein mit dem hammer charis ausweich leute auf der zerstörung durch die aufnahme schon wieder nur ich habe alles ausprobiert da war es ja dann muss er es ja gewesen sein wenn ich keinen ab aber es gibt es einfach nicht natürlich immer genau und letzte das ist halt ich hasse hat genau wie ein gentschen im feld genau die letzte sache die ich mal aus wie ist genau die richtige okay wie soll er hat bitte gemacht haben ohne wie soll er bitte stehen jemand erschlagen haben wenn ich laufen kann hast du darauf zu sagen also wenn das hier alles ist von der kompanien krisse brauche ich nicht hochladen aber jetzt noch ziemlich langweilig und ganz ehrlich bin Entschuldigung hier Was? und da geht mein internetverbindung ich habe ich jetzt noch durch diese katzin ja mein gott ich hab zu extra mittags heute mal aufnehmen in der aufnung dass meine internetverbindung mitmacht aber nein ich weiß nicht was soll ich hasse es lesen was da steht die letzte katzin musste ich mir noch mal anschauen aber ja war nicht so schlimm habe ich alles übersprungen auch nicht so lange so weiter geht es wird jetzt nicht so oft noch wenn es geht ein bisschen nervig ist ok wer ist hier gestorben weil sie aber sehr leute das ist definitiv ein Spachter Was ist denn der Schreiber? Was ist das? 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 Das muss man sagen. Wer ist das? Du hast wieder, ich will mir den Scheiß. Dann wird ihn gewinnen. Was ist das? Ist das? die gleichen was heißt sie stecken genau die 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 Es ist gut. es ist genau gleich wie vorhin ich will noch mehr text haben nein mein gott da muss in unserer beweise hier damit muss ja wirkt nämlich an ich weiß ja was schmikorosaleta to iti ma shit kongkai wakono nektai na kioke de matahokkano nanikato eimi o kakete irunodesshow oh nektai ni zoro samakoyou to kaiter anabisa no shibutsu no yonan go yo no tsukai kata machigatte masu yonan Das ist klar. okay nicht wieder in so einem fernseher jammer starke nein kore hodohon schüsse zendio nasi mingang durch die schulschte kreiner in des schockspark überhaupt hier auf weil sonst finde ich ein bisschen doof weil ich will ja mehr bei sie erfahren der feuer hat gar nichts über sich der einzige kack damit über den ich mal endlich mal wissen will sie tauchen noch nicht mal auf außer hat sie ja leute ummetzelt naja dann erzählt mir jetzt nicht mehr als was ich schon vorher wusste sie macht einfach irgendein random zeugs halt ne und zwar bekomme ich hier aber denn 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 ist 特に変わったところはないようです we should wait a day Das ist auch ein Krayon, das ist auch ein Krayon, das ist. Es ist nur ein halbiverer Mensch. Es ist wie ein PPC-Ginger. Das ist sehr gut, oder? Das ist klar. Was ist das so schön? Was ist das so schön? Was ist das? Ich hab einen Ruhig. Denen an den Rollen zu verflenzen. Ich bin ein Ruhig, der es vor einem Ruhig entdeckt. Das ist ein Ruhig. Ich bin ein Ruhig. Das ist ein Ruhig. monothek dass ich das stelle grüß an der nacken an der büster toby mitteilungen kamen noch schausse und mannischte eine mit der maske das nicht dieses pokémon turnier gemacht hat diesen ein event einmal bevor ich hier alles aufgenommen habe euch da die dinger bleiben wir mal im inventar da oben auch gott ich muss so ein rätseln machen wir euch dann auch hoch da und ich dann dahin hier oder ich muss mal eingehen ja genau hier okay sagen ich will das nicht schwierig und dann war nachdem was für diesen rätsel ich hier gemacht haben das ist schon kleine beleidigungen Das ist mir egal, ich werde das als Brutforcen Das ist mir egal, ich werde das als Brutforcen Ich werde das als Brutforcen beim gelächter von einem verwenden war nur ab wie es so meine hier ist meine logik skills hier sie ist warum ist zampo überhaupt hier erfüllen wie gar keinen sinn hier zu sein habe ich doch für ja mein Ding oh ja sehen wir die normale richtig ich habe das echt beim ersten mal geschafft ja genau wollte ich gerade sagen ausgezeichnet ich habe aber erst mal die erste aktion nicht gemacht aber richtig ist und ich 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 Das ist, dass die Verlust der Verlust für die Einwanderung der Verlust für die Verlust. Das ist ein Verlust für die Verlust. Kannst du jemanden sagen, dass du mit dem Verlust für die Verlust? Ja, das stimmt. Herr Präsident, der Verlust ist in Zorro, mit dem Schraub und dem Hecht. Neck die die rege ich gerade mit AI was man beim ersten rätsel als abgelehnt was ich als erstes ausgewählt ich weiß gar nicht ob ein kompanien kürzer irgendwie cutscenes kommen okay es sollte wieder gleich hier die synchronsprecherin von sparke nehme ich an aber trotzdem ich weiß, was mein Sparke zu sehen Warum? es ist all right adam in fish ja bitte sie zum vor zum vor du bist bei internet schon wieder Das war's. Das war's. Ich glaube, man kann das Lied freischalten im Zug. Das war's. 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 zweimal gestorben war so zampo du besparkt oder ich war wetten pinokonien nur was ich die ume noch nicht sie war sonst korea familie noch ihr kopf der johann ok so ein tatuern immer kippe dem ojabreden ein schönes koko ma des süßes johannak Du hast nur das Gefühl, dass du das Gefühl hast. Du hast deine Antwort gesagt, Hanna-Bi-san. H-Hanna-Bi-san? Du bist mit jemandem zu sprechen? Du bist. Du bist bereits eine andere Person. Das ist... Du bist. Sanpo-san. Das ist... Das ist so ein Begegneter. Wenn ich eine Blüte für mich, dann kann ich sie mir nicht sagen. Das ist vielleicht schwierig. Dann kann ich es nicht sagen. Dann kann ich es auch sagen. Ich habe das letzte Mal gesagt, dass ich die ganze Zeit noch überprüft habe. Oh, das ist das eine Verbrechen-Hurz-Mit-Mit-Mit-Mit-Mit-Mit-Mit-Mit-Mit-Mit-Mit-Mit. Aber das ist, dass ihr es nicht so hartes Knoten hat. Das ist ein Einzelnen von der Hüse-Mit-Mit-Mit-Mit-Mit-Mit-Mit-Mit-Mit-Mit-Mit-Mit-Mit-Mit-Mit-Mit-Mit-Mit-Mit-Mit. Die Karte der Karte hat zwei Informationen, die die Begründung des ZDF-Fersen. Ein Punkt ist, dass die Begründung im Raum ein sehr vieles Gehäuse ist. Ein Punkt ist, dass die Begründung die Begründung des ZDF-Fersen ist, die vor allem Zeit lang zu vermitteln. Die Begründung des ZDF-Fersen hat mir eine große Begründung des ZDF-Fersen. Eine Frage ist, dass es ein Verständnis gibt, dass es ein Verständnis gibt. Es gibt einen Verständnis dafür, dass es ein Verständnis gibt. Ich bin mir nicht, dass ich mich nicht so fühle. Ich bin nicht so fühlen, dass ich mich nicht so fühle, dass ich mich nicht so fühlen. Dann kann ich mich nicht so fühlen. Das heißt, ich habe einen Grund für einen Verboten zu machen. joshua Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ein bisschen beschleunigt ist mir viel zu kompliziert wir hatten noch festgestellt hat egal was für eine antwort gegeben es ist immer alles richtig es Das war's für heute. Aber es gibt noch ein paar Antworten, aber... Hast du dich gehört? Noch ein paar? Der Künstler der Künstler hat eine Kugel in der Karte, und er hat einen Tricksal mit einem Schmack mit einem Schmack zu sehen. Ich habe einen Trick für die Träume gemacht. Und dann, die erste, die ihr in den Haus in der Wohnung und die Verkaufung des Todes zu verhindern, hat die Verkaufung des Todes zu verhindern, ist ein Verkaufung, der sie der Verkaufung des Todes zu verhindern. Es ist so, 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 es ist so. wir spielen eine stunde betreffen sie jetzt zum ersten mal es ist nicht das eine andere, die 3-Beregungen haben, die in der Fähne, die in der Fähne haben, die in der Fähne, die in der Fähne, die in der Fähne zu spielen. Es ist ein bisschen ein Gefühl, aber ich weiß es, dass ich es auch nicht. Und das ist, dass ich diese Böse bin. Du bist ein schönes Mädchen. Du hast schon gesagt, dass du zuerst gesagt hast. Ich weiß wirklich nichts mehr. Ich habe nur ein paar Freunde von mir erzählt. Entschuldigung. Du hast schon gesagt, dass du zuerst an den Gutschern gestorben hast. Hm. also tun die maskierten namen ja eigentlich nur trollen die ganze zeit und planer spott light doch soまでして family no kakine o koha so toするのかは知らないけれど Ich habe schon gesagt, dass der Memo-Kieper nicht die Kraft für dich ist. Also, ich glaube nicht, dass du eine Person ist. Also, ich glaube nicht, dass du einen. Ja, ich glaube nicht, dass du dich hinterher bist. also kommt sie nicht von pinakoni das bedeutet das potenzial dass sie auf anderen planeten auftaucht sowie die anderen narren oh man Ist das nicht so? Wer war der Sampo? Nein. Was? Ich bin in Belobrug. Was? Na, was ist das? Was ist das? hat schon ja mal irgendwie in den trailer gesehen sind wir am tanzen gewesen letztendlich war eigentlich so eine kleine zeitverschwendung wie langweilig genau die quest sie lässt sparke doch schon so ein bisschen aussehen als als wäre sie irgendwie eine hauptbösewichte aber anscheinend ja nicht ich hoffe das ändert sich irgendwann neuen zukunft was irgendwie nur wichtig wird sie auf dem ganzen in den grand scheme hier ich hoffe sie hat definitiv potenzial finde ich ich hoffe sie nicht nur auf pinakoni auftaucht weil sie kommt ja anscheinend nicht von pinakoni die maskierten die sind ja auch überall im universum unterwegs anscheinend sampo der ist auch auf bellen bock jetzt mal auf dings und hier geht es immer weiter ja 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 Ich bin so ein Zeug. Ich bin so ein Zeug. Das ist gut. Das ist das der Anagra. Ich bin so ein Zeug. Ich bin so ein Zeug. Ich bin so ein Zeug. Aber Sampo, wenn du so lange dauert, warum hast du dich wieder zurückgebracht? Ich bin so ein Zeug. Ich bin so ein Zeug. Ich bin so ein Zeug nicht. Enteilt? Ich bin so ein Zeug. Wir haben die Konzepte. Wahrscheinlich. Da ist der zweite Planet. Der Schnee Planet. Aber das von den vielen Worten sehr lieb. Wir haben, wo die Fallen im Überblick darüber startet. Doch wenn das auf der Szene Wenn man hier nicht aufstehen kann, dann muss man sich nicht auf die Einfluss auf der Glocke auf der Glocke. Ich möchte auch diese Glocke auf den Glocke auf den Glocke auf den Glocke auf den Glocke. Wenn man nicht mehr hat, dann bitte bitte. Das war's für mich. Ich habe mich auf die Worte ge- und verletzt. Ich bin der Frau von der Frau, die ich mich beinahe. Das ist das, was ich zuerst. Ich bin mir nicht so gut, dass ich mich nicht mehr bemerken. Ich kann mich nicht mehr bemerken. Ich kann mich nicht mehr, dass ich es. Ich kann mich nicht mehr sagen. Ich kann mich nicht mehr, dass ich an die Frau, auf das ich mir nicht mehr bemerke. das ist eine mit der maske war kein roboter da würde er immer eine maske auf die deutsche übersetzung war ich genau weiß so serious aber ich glaube das heißt auch warum denn so ernst das war ich glaube da war es die traum hat schon gesehen entspannt ich will wissen ob sich jemand nach der kundigkeit stimmt das nicht so ja ich habe jetzt wieder neuen text rahmen von von märz ist quest hier naja sparkler sucht derzeit überall nach dieser traum war nicht wichtig aber wenn sie für wird sie nur noch mehr verwehrung stücken im fall und trauen also ja ich werde mit dir gehen ich kann mich nicht mehr erinnern ob wir traumweise zurücklassen haben dass wir auf die sprünge helfen einem traum landschafts shop ist im vergleich zum nächsten mal du bist barke war nein ich will was positiv sagen dieser besuch existiert nicht ja ich hoffe du kommst wieder so eine trophy ich habe die letzte trophy die mir gefehlt hat so ich habe natürlich keine platte in trophy weil ich habe schon bekommen als das spiel noch nicht irgendwie weil ich komplett aktualisiert war ich habe ein dieser warte dann kannst du eine einzigartige handlung traue niemanden feier emblem das reicht aber wir wissen dass sie nichts marken sei das war ein scherz also wir sprechen uns bald wieder das klar es wird eigentlich nur noch eine sache was die mission von juni ist ich weiß nicht ob ich die spielen soll vielleicht schon aber wenn man schon machen irgendwann im moment das spiel noch nicht abgedatet aber morgen sind abgedatet glaube ich da kommt morgen glaube ich die nächste version raus neue gatschauen wollte ich nicht alles ne da kommt wahrscheinlich auch wieder eine neue companion quest ne von der einen fuchs lady herrne für dich gatschen will so okay war war interessant gegen ende war es noch ein bisschen interessant ich hoffe es wackel wird wirklich noch irgendwann wichtig für die story weil sie ist irgendwie so ein charakter der irgendwie okay meine hinterheit von mir verabschiedet sich schon wieder das heißt ich werde mich jetzt hier verabschieden und ja gut also wir waren sowieso fertig also ja ich hoffe dass auch sparkler noch irgendwie was wird hier charakter mäßig hauptbösewicht mäßig mal schauen gut dann sage ich danke schön fürs zuschauen wir sehen uns dann nächstes mal wieder wenn ich entweder die story weitermache ich glaube die story geht in morgen weiter oder wir machen die ist neben quest keine ahnung irgendwann werden wir ebenfalls machen ich warte jetzt hier noch bis ich meine internetverbindung verabschiedet da hat sie sich verabschiedet und ja wir sehen uns hat in der nächsten folge wieder und das gibt mir die nachricht ja